hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal wir sind wieder heute hier auf der wunderschönen canterbury infinity ich muss mich einfach ein bisschen entschuldigen ich habe mich ein bisschen vergrüht ich habe ein bisschen die nase ich hoffe dass man es nicht so sehr merkt aber es hilft nichts ich muss trotzdem ein paar videos aufnehmen wenn ich jeden tag ein video hochladen will so als erstes starten wir mal wieder die helfer weil das sind dort alle entlassen worden weil ich eine kurze pause gemacht habe aber hinter als erstes dann werden wir nämlich nachher einen tag danach noch wechseln aber jetzt tue ich mal und da inzwischen weiter arbeiten lassen bis sie und einmal entladen habe ich bin groß im fänd da gehe ich mich nicht voll und dann tue ich den hofer weiter starten lassen und dann kann ich mich nicht sagen so 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 Ake, eingefallen. Aber dann ist das Heul am Gmuh, aber nicht hochgmuh. Meine Schreckbettgräuterleitf. Wenn da eine schräge ist, kann ich da nicht machen, aber wenn ich da hergehe, in die Porsche Richtung, so wird es dann schön. Ich habe übrigens bei mir als Mikrofon jetzt wieder ein bisschen anders positioniert, um zu testen, wie es ausschaut hier. Es ausschaut bei einem Lenkerl, bei einem Herrn, beziehungsweise bei meinem Ton, vielleicht ist er jetzt besser. Nee, hat es irgendetwas gegeben? Okay. Ich habe immer gedacht, ich habe den vorderen Fenster. Wahrscheinlich eh auch irgendwie. Aber, man sollte einmal inzwischen sagen. Das geht nicht. Das geht so nicht. Das ist einfach ein Schiss. Ich verschwinde da schon wieder so wertvolle Zeit. Wir mochten so einen Scheiß. Wir mochten so einen Scheiß. Wir mochten so ein bisschen die vorderen Fenster. Ah, bei denen kann man auch nichts. So, hier ist es auch. Das ist ja klar. Und ich fahre genau so wie der Tepper da rein, bis er hängen bleibt. So, passt. Ei, 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 ei. Warte, du kriegst echte Bokel für uns. Und der Hörfels aktiviert. So, der fährt jetzt hier ein Zeitl. Der gibt jetzt hier eine Uhr. Und jetzt... Wenn wir da die Traktoren reizen. Das passt mir gar nicht, dass der da gerade oben ist. So, das passt mir doch gut. Damit ihr miteinander nehmlich mähnen könnt. Beziehungsweise dadurch, dass wir jetzt... Ja. Der erste Runde zieht mir selber. Und den Rest lassen wir mal ein. Jetzt probieren wir es. Aber ich würde den auch gerne mit dem Fenster holen. Und den Tank holen. Vielleicht sind wir irgendwie ein bisschen leer. heute hab ich alles neu zur Meteln lenken, he? No. Wieder einmal. Jetzt kommen zusammen, nacharbeiten und wie nachher. Das machen wir alles nachher, ich löse nach drei, zehn Prozent Ich löse nach drei, zehn Prozent. Das was ich vor kleinagel und geheresagt habe. Damit komme ich ja nicht weit, nicht über den Fisch, am gesetzten Acker. Das machen wir jetzt zuerst, weil wir ja bei der Lust und Laune, dass wir noch auf einmal stehen bleiben. Es zieht sich schon wieder alles. Aber wir haben ja noch Zeit in der Folge. Jetzt wird sich alles noch rausgehen. Zeitgut holen, dein Hörfer wieder starten. Wahrscheinlich noch wieder einen Pent abtanken. Und die erste Runde mähen. Und das Dieselfassel. Mal schauen, dass wir nicht mehr mähen. Okay, ich werde doch ein bisschen fahren. Ich bin nicht so stark, als wir noch vorab in den nächsten 21 Minuten. Mal schauen. Dann schauen, schauen, schauen. Jetzt können wir gut gehen. Die Sackgut? Ja, es ist schon schlecht. Das ist gut. Das ist gut. Cool was nicht, da darf man noch eins, passt, und wo steht das? Es tut mir ist Quark, oder? Ja. Steht ihr da, nein? Okay, dann toh ich es noch nicht sehen. Geist der Box. Das was? Es ist eine Versteheilung. Das nächste Versteheilung ist ja noch nicht. Er hat einen fast vollen Kontakt, haben wir fast gedacht, dass der dann noch einmal schreit in der Folge. Aber der ist schön gebrat, aber dann geht er ein bisschen was runter. Dann werden wir aber gleich zurückfahren, weil der Porto richtig ist. Wenn er jetzt nicht wieder runter muss. Dann mache ich noch ein Wisch. Nein, jetzt beim Zuffahren ist er nicht richtig. Das ist ein Wisch. Das ist ein Wisch. Das ist ein Wisch. Das ist ein Wisch. Jetzt sind wir jetzt sogar ein bisschen höher, wenn man da zu sagen. Schwer zu sagen. Aber wer hinten vorne ist leichter 1,9000. Diese Wurde könnte man auch jetzt falsch verstehen. Verpasst. Have fun. Besser. Ach je je. Achtze Minuten noch in der Folge. Ich hoffe... Ich hoffe noch alles zu machen. Das schattet mir hier. Ich war ja oft, dass man die Stimme nicht abgehört. Jetzt habe ich ja jetzt das Metafon heim gehabt. Und das habe ich jetzt gar reingetaucht. Sonst brauche ich nur ein bisschen näher. Dann bin ich schon wieder auf die alte Position. Ich muss ja nachher kurz, nach der Folge, das Video begutachten. Auf den links. So, wir holen eine Selbststatt. Ja, passt. Und... Helfer. Passt. Liebe Helfer. Have fun. Hm. Hm. So. Da, da, da. Muss ich jetzt? Ich hoffe das war nicht zu laut, ich möchte nicht in den Noten, dass ich nach dem Not schaue. Ich heiße es für gut zu sein. Ich bin auch selber schuld. Wir müssen kurz gehen mal in den Leihwalt, in den Költen stehen. Und zwar nicht kurz, sondern ein bisschen länger. Dadurch haben wir auch für gut. Jetzt gehen wir so. Jetzt meinen wir da ist nieder oder mal beim Rand. So, da ist eine Hölfaktige Bühne, wo ich noch eine Bohr habe. Ich kann nicht überaus sofort. So, das ist eine Person, die sich in den Költen hat. Das ist gut. eigentlich nur das vom direkten Gold in Olden Gold, das war so aus, aber das brauche ich nicht. LVH hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ich glaube nicht, dass es der Fan ist, sondern ich glaube, dass es unser Case ist mit der Seemaschine. Weil du zu spitz zusammenlaufen, da kennt das ja dann wieder nicht aus. Wir werden mal gleich sehen. Nein, das war's nicht, so braucht er nicht. Ich nehme mal wieder aktivieren, den Burschen, was da vorne ist, dass er damit das jetzt bestätigt. Da fahre ich gleich zurück. Ich glaube, wir machen jetzt besser. Komm mal vorbei, dann machen wir den Rückwärter. So, das Gerät sinken. Ah, das Bett einschalten. Und die Bilder aushauen, das ist unterwegs gerade. Und den Hälften aktivieren. Passt, danke. Jetzt brauche ich den. Damit kann man den Schnau tanken. Da der fährt gerade richtig. Eigentlich müsste ich zuerst ein, muss ich das bringen. Ja, auf 8 Prozent sein, tue ich. Ein bisschen, ein bisschen lauter noch aus. Das muss ich nämlich zuerst wegbringen. Wir möchten auch von der Ernte einen schönen Überschuss haben. Ok, ok, ok. Ok, ok. Hier ist es moment. Das ist auch von Wirt, das ist auch von Wirt, das ist auch von Wirt, also von Wirt. Das ist auch von Wirt, das ist auch von Wirt. Das ist auch von Wirt. Passt. Hm. Der ist unterwegs, der andere, der steht. Ich will den Unternehmens starten, denn mehr, damit er nicht auf die Unternehmenssagung überfordert. Eigentlich, zwar nichts passieren, aber... Aber also nicht. So. Wenn man mit denen an sich, da fahren wir besser ruhiger. Der hat so Schlangenlinien alles. Einmal Schluck besser. Ein Moment Blitz. Der hat nur den Hölverbot entlassen. Aber wenn der es steht, braucht der Goldkassier. Das, was ich heute vorgebracht habe, habe ich mal wieder nicht geschafft. Aber es hilft ja nichts. Ähm. Ich glaube da war eine. Das hilft eh nichts. Das. 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 Hinschrechte. Eine gewisse Seite. Leider haben wir gerne die Teufel mehr mit. Die 20 nirgfried Wichtung. Wir sindаша incorporatoriert der Volle ber 방water. Hinschrechte. Möch besystniej. Was ist hier Hinscharoid socellen? Everything mettere Diver. Needλεsung. Hier einfach nicht besser. 44% erst kann nicht sein, der Feld ist ja fast leer schon, halt über die halbte leer, um 56%, da bin ich nachher neugierig, dass ich das alles zur Maus geh. Wichtig ist halt, zu schauen, dass man wieder so viel über den Trock und den Ernteeis haben wir heute, machen müssen wir zum Abschluss, dass wir da so viel wie möglich noch kommen, weil das bringt gut. Es bringt Kohlecash. Ohne den Verkehr komme ich ein bisschen schneller voran. Der wird zu 99% ausbleiben. Also dann ist ja eh nicht das Wichtigste. Da stehst du die Träume. Das ist schon. Ich weiß nicht, ob es jetzt gleich sauber rieb klingt. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Believe ist. Das Wichtigste. H Pence destwert es in der�fte Grenzen einnänd Cruyffeld, So wie der Ort leer ist. Reichtbar, wenn der Scheiss rein schult. Der Helfer aktiviert. Der ist unterwegs. Dann starten wir jetzt wieder. So, ein bisschen nach unten schauen. Da ist es sonst ziemlich hell. Es ist blendend. Und dann. Das ist wirklich gut. Immer mehr so. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Best. Das läuft dann schon wieder. Und wenn der Seiss so schnell dahin geht. Ich bin schon beim überlegen, ob ich mich nicht ein bisschen geholfen sollen. Und ableihen gleich selber alles ab. So dass wir beginn nächste Folge nach. Ich mache auch die. Das mit dem Dieselfass laugen. Und. Und die Fährige ist. Da die in den Schmittenschwader alles durch abfahren. Das wir also machen. Das ich da glaube ich selber schon fahre. Weil dadurch dass hier ein Paterfall abgeht. Das eigentlich eh jetzt ruck und zuckig. Das dauert nicht so lang. Und auch ich will ja auch nicht wollen. Damit das ich da. Auch die. Zwischen 5 und 10 Minuten kreise fahre. Weil ich nicht glaube ich wird das nicht dauern. auf einmal. Gut. Und es ist so weit. Dann würde ich sagen. Wenn wir das heutige Video beenden. Wir sehen uns morgen wieder in der Frösche. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. beziehungsweise schon genommen, je nachdem wir uns heute entschaut bis morgen tschau tschau